Ah! Aua! Au! Fuck! Autsch! Okay, ähm, das ist nicht die Datei, die ich wollte und brauche. Au, tut das weh! Verdammt! Ähm, ich muss da kurz was holen. Das ist ja verdammt komisch. Gut, dann nehmen wir doch das. Okay. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Verlag. Oh, Leute, ich bin so durch. Im Moment echt. Also auf meinem Kanal. Bei mir ist gerade echt ziemlich heftig viel, was irgendwie ansteht. Keine Ahnung, jobmäßig und halt dann der Umzug und schreiben und lesen und keine Ahnung. Deswegen bin ich total froh, dass die liebe Marlene mich gebeten hatte, ein Video über Exposé schreiben zu machen. Ein Let's Talk-Video, weil ich einfach nicht dazu komme zu lesen. Und ich habe zwar ein paar Videos noch in petto, aber die stehen einfach noch nicht an. Deswegen, ja, willkommen zu einem neuen Let's Talk. Ich habe schon mal über Exposés und Bewerbungen beim Verlag gesprochen. Aber ich mache das einfach jetzt nochmal. Also, Marlene von Marlenes Bücherwelt, die übrigens auch einen YouTube-Kanal hat, ähm, ist selber Self-Publisherin und möchte jetzt wahrscheinlich, nehme ich an, an einen Verlag, äh, was schicken. Wie schreibt man also ein Exposé, beziehungsweise wie bewirbt man sich bei einem Verlag? Ähm, generell besteht eine Bewerbung beim Verlag aus so drei Teilen. Man schreibt eine Autorenvita, in der steht drin, ja, wer man ist, was man, also ein paar persönliche Sachen auch, was man so macht, was man vielleicht auch nebenher macht, wie lange man schon schreibt und warum einem, also warum man das Projekt dem Verlag empfehlen würde. Ähm, und dann kommt das Exposé einzeln und dann nochmal ein Anschreiben einzeln. In dem Anschreiben, ähm, steht im Grunde vieles drin, was auch in der Autorenvita und in dem Exposé drin steht. Ähm, das Anschreiben kann man auch weglassen, aber ich finde das immer eigentlich ganz cool, um so einen Überblick zu geben, den Leuten, die das bearbeiten, so, das kommt jetzt auf euch zu. Also sagt ihr einfach, ich bin der oder die so und so und, ähm, das und das ist mein Projekt. Das und das habe ich mir dabei gedacht. Äh, so und soweit bin ich damit schon und so weiter. Ähm, ich habe leider, ich weiß nicht, wo das Exposé von göttliche Insignien ist, ähm, was ziemlich ärgerlich ist, ähm, weil ich jetzt nur noch das von, von, äh, nee, das sind richtige Bewerbungen, ähm, weil ich jetzt nur noch das von Teil 2 halt habe und da musste ich mir nicht so viel Mühe geben, weil das halt schon im Grunde angenommen war, ne? Ich musste dann nur noch schreiben, worum es halt gehen soll. Egal, ich finde es jetzt aber leider nicht, deswegen machen wir es so. Ähm, ja. Das Exposé sollte einfach strukturiert aussehen, gut aussehen. Es muss jetzt nicht irgendwie wahnsinnig umfangreich sein oder sonst was. Mir wurde tatsächlich empfohlen von einer Lektorin, das doch einfach auf eine DIN A4-Seite zu packen, beziehungsweise auf zwei, also eine, wo nur eine Inhaltsangabe draufsteht und eine, wo halt der Rest drauf ist. Tatsache ist aber, das ist total schwierig, sich auf zwei DIN A4-Seiten zu begrenzen und, ähm, im Endeffekt ist es auch egal, Hauptsache, ihr habt jetzt nicht irgendwie elf Seiten Inhaltsangabe oder sowas. Das Ganze dient natürlich dazu, dem Verlag das so übersichtlich wie irgendwie möglich zu gestalten. Deswegen fängt man direkt oben an mit Infos über das Buch, also über das Manuskript. Dazu gehört natürlich der Arbeitstitel. Das hat nichts damit zu tun, unter welchem Titel das Buch erscheinen wird am Ende, denn das entscheidet der Verlag. Aber Arbeitstitel ist schon mal wichtig, damit die halt die E-Mails und sowas ordnen können und keine Ahnung. Dann sollte da drinstehen, welches Genre das Buch hat. Das habe ich jetzt zum Beispiel hier schon nicht mehr drinstehen, aber es ist schon sehr wichtig. Im Grunde ist die Reihenfolge egal, macht das, wie ihr das am logischsten findet. Auf jeden Fall ist das Genre aber wichtig, damit die überhaupt sehen können, okay, in welche Abteilung gehört das und natürlich auch, ist es überhaupt für uns relevant als Verlag und passt es in unser Programm im nächsten Jahr. Das ist sowieso das A und O, sich vorher damit auseinanderzusetzen, was das Programm so sagt, weil wenn ihr eine Märchenadaption an einen Verlag schickt, der einfach keine Märchenadaption macht, dann wird er die auch nicht nehmen. Also das hilft einfach euch und dem Verlag natürlich, die kriegen ja am Tag tausende Sachen dazu geschickt, aber ihr macht euch auch nicht grundlos Hoffnung. Dann Einschätzung für die Zielgruppe ist auch wichtig, weil der Verlag natürlich auch gucken muss, okay, passt das auch in unser Programm, passt das in unsere Zielgruppe? Ich schreibe eigentlich immer All Age hin, aber ab 14, weil ich einfach dazu neige, ein bisschen blutiger zu schreiben und das hängt aber auch davon ab, was ihr denkt und der Verlag wird das auch nochmal selber entscheiden. Dann der Umfang. Da muss jetzt nicht die exakte Seitenzahl stehen, die ihr schreiben wollt, weil ihr das ja wahrscheinlich noch nicht so genau wisst. Normseiten vom Verlag sind auch anders als jetzt die DIN A4-Seiten, die ihr bei Word automatisch bekommt. Deswegen ist es total schwierig einzuschätzen. Als so Richtwert kann man vielleicht sagen, zwischen 300 und 350 Normseiten ist immer eine gute Angabe, weil das ab 400 Seiten oder über 350 Seiten für den Verlag viel teurer wird, das zu drucken. Deswegen bitten zum Beispiel Verlage wie Carlson Impress aber auch darum, eben zwischen diesen 300 und 350 Seiten zu bleiben. Wenn ihr jetzt mehr habt oder weniger, ist es egal, schreibt es trotzdem rein. Wenn ihr jetzt aber halt noch nicht wisst, wie lange es werden soll, dann würde ich einfach 350 Normseiten schreiben. Falls es mehr wird oder weniger, kann man das immer noch mit dem Verlag absprechen. Und zur Not muss man halt was rausnehmen oder noch was dazu schreiben oder so. Dann, was auch wichtig ist, eben im Zusammenhang mit dem Umfang, ist der Arbeitsstand des Manuskripts. Ihr müsst euch nicht mit einem fertigen Manuskript beim Verlag bewerben. Das denken ganz viele, das muss man aber nicht. Ihr könnt auch schon viel, viel früher dahin schreiben. Ihr könnt auch schon hinschreiben, wenn ihr nur eine Leseprobe unten eine Idee habt. Tendenziell sagen die meisten Verlage 30 Seiten Leseprobe. Finde ich gut, weil das gibt einen Überblick, ist aber jetzt auch nicht so krass viel, dass das irgendwie wahnsinnig kompliziert wäre, das jetzt noch schnell zu schreiben. Aber für die ist halt interessant, wie viel habt ihr noch in petto? Wie weit seid ihr im Moment? Da kann man zum Beispiel, ich habe jetzt hier bei Göttliche Insignien 2 geschrieben, Arbeitsstand zu 30 Prozent fertig, als ich irgendwie schon zu 50 Prozent fertig war. Ich mache das immer lieber ein bisschen weniger, als ich tatsächlich habe. Ne, Quatsch, andersrum. Ich mache immer ein bisschen mehr, als ich tatsächlich habe, weil, bis die das bearbeitet haben und so, habe ich immer noch weitergeschrieben und ich schreibe auch einfach recht schnell und dann passt es irgendwie doch wieder hinten und vorne. Deswegen, das müsst ihr auch selber über euch wissen. Ihr könnt auch einfach etwas weniger sagen, als ihr schon habt. Das ist für den Verlag dann vielleicht auch cool zu sehen, hey, boah, das ging jetzt ja voll schnell oder keine Ahnung. Tendenziell würde ich aber nicht unbedingt lügen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin zu 80 Prozent fertig, bin aber nur zu 30 Prozent fertig. Das ist einfach etwas, dann kann ich ja nicht liefern und der Verlag muss ja auch damit planen, wann ihr das Manuskript dann abgeben könnt. So, auf diese ganzen kleinen Infos folgt jetzt der Kurztext. Das ist wirklich ein Kurz, 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 Kurz Text und der umfasst bei mir jetzt beispielsweise nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zeilen. Das ist verdammt wenig. Es erinnert ein bisschen an einen Klappentext und sagt halt ganz kurz, worum es darin gehen soll. Das dient natürlich schon mal zum Überblick. Es doppelt sich aber auch ein bisschen mit der Inhaltsangabe. Das ist aber nicht schlecht, weil die Leute, die das bewerten, können dann schon mal sehen, so, oh nee, das ist echt gar nichts. Oder, ja, das klingt voll interessant. Dann folgt die Inhaltsangabe. Wie schon gesagt, die Inhaltsangabe nicht zu lang machen. Ich habe jetzt hier einen Zeilenabstand von 1,5 Zentimeter und so zwei Seiten ungefähr. Das ist okay, wenn man das zu lang macht, ist aber halt auch, ja, einfach total viel Arbeit. Bei der Inhaltsangabe ist wichtig, dass ihr wirklich von vorne bis hinten alles drin habt und auch das Ende drin habt. Ob das Ende am Ende auch wirklich als das Ende rauskommt, wie ihr es geplant habt, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr wirklich alles und jede Wendung und alles, was ihr sonst dem Leser vorenthalten würdet, an Überraschungen damit reinpackt. Es geht im Grunde genommen ja nur darum, dem Verlag einen Überblick zu verschaffen, worum es in dem Buch gehen soll. Dazu kann ich euch auch jetzt schon sagen, wenn ein Verlag euer Manuskript nimmt, kauft er damit die Rechte oder übernimmt die Rechte für das Buch. Das heißt, wenn der Verlag sagt, ihr müsst ein anderes Ende schreiben, dann müsst ihr ein anderes Ende schreiben. Wenn ihr euren Protagonisten älter oder jünger machen müsst, dann müsst ihr auch das tun, wenn, keine Ahnung, der Protagonist ist, was auch immer, mag gern die Farbe blau, aber er soll lieber die Farbe rosa mögen, dann müsst ihr auch das tun. Das hört sich jetzt im ersten Moment voll blöd an. Ich finde das aber absolut okay. Der Verlag weiß am besten, was seine C-Gruppe mag und was er verkaufen kann. Ich habe mich am Anfang auch selber ein bisschen schwer damit getan, aber es ist nun mal so, dass wenn man über einen Verlag veröffentlichen möchte, muss man dem natürlich auch entgegenkommen, denn die können ja jederzeit sagen, ja, dann nehmen wir es halt nicht. Also gerade bei Anfängerautoren ist es natürlich nochmal doppelt schwer, weil die wollen ja unbedingt da genommen werden, aber ihr müsst euch auch so ein bisschen darauf einlassen. Wenn ihr das dann alles geschrieben habt und auch die Autoren-Vita, wo übrigens egal ist, ob ihr ein Foto da drin habt oder nicht. Ich habe es aber reingemacht, weil ich einfach dachte, dann sehen die vielleicht, denken die, wow, der sieht ja voll sympathisch aus oder die sieht aus als, keine Ahnung, würde sie gut schreiben, was auch immer. Finde ich irgendwie einfach wichtig und deswegen habe ich es mit reingepackt. Das liegt aber auch bei euch. So, dann habe ich eben noch was zu einer Leseprobe gesagt. Auf, bei Google findet ihr eine Website, wo ihr fast alle Verlage aufgelistet findet, die es in Deutschland gibt und deren Kontaktdaten und deren, ich sage mal, Anforderungen für eine Bewerbung. Viele Verlage haben eine extra Bewerbung, Seite, wo ihr quasi nur vorgefertigte Felder schon ausfüllt. Manche schreiben auch nur ihre Liste an Anforderungen hin und ihre E-Mail-Adresse. Auch da wieder nochmal vorsichtig gucken. Viele Verlage teilen das nämlich schon auf in zum Beispiel Jugendbücher, Erwachsenenbücher, Fantasy und Romance oder keine Ahnung, teilen das halt auf. Einfach ein bisschen die Augen offen halten und auf den Websites von denen nachschauen. Die meisten Verlage wollen eine Leseprobe. Wie lang die ist, ist sehr unterschiedlich. Der Durchschnitt, würde ich sagen, will aber eine 30 Seiten Leseprobe. Es gibt auch welche, die wollen 80, es gibt welche, die wollen gar keine. Aber ich würde definitiv eine an der Hand haben. Einfach für den Fall, dass jemand eine haben möchte. Ich persönlich würde es auch empfehlen, weil hätte ich nicht eine Leseprobe zu meinem Manuskript zugeschickt, dann hätte Impress mich nicht genommen. Die Lektorin oder keine Ahnung, wie die Abteilung dann heißt, wo das reinkommt, die können dann schon mal einen Überblick dazu bekommen, wie ihr schreibt. Und ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste. Weil es kann natürlich auch sein, so wie bei mir, dass der Verlag sagt, nee, also das Buch jetzt gar nicht, aber wenn du noch was anderes hast, dann schick es uns doch mal, dann gucken wir uns das an. Also dementsprechend nicht den Mut verlieren. Zur Dauer. Die meisten Verlage schreiben ebenfalls auf ihre Website, dass man sich gedulden muss. Es dauert bis zu sechs Monate, dass sie sich gemeldet haben. Die meisten handhaben es auch so, dass wenn sie einen nicht nehmen, sie einen nicht darüber informieren. Das kann ich auf der einen Seite verstehen, weil es natürlich wahnsinnig viel Arbeit wäre, obwohl es ja auch nur eine vorgefertigte Mail sein müsste. Trotzdem, ich finde es auf der anderen Seite aber wirklich blöd, weil man dadurch halt sechs Monate lang wartet. Und wenn man das vielleicht nach zwei Wochen wüsste, dann würde man sich noch bei anderen bewerben. Dann würde man sich vielleicht einen Agenten suchen oder Self-Publishing machen. Deswegen stellt euch einfach auf eine Wartezeit ein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Meiner Erfahrung nach haben die aber eher so drei Monate gebraucht. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt so übersichtlich war für euch, für dich, Marlene. Sonst könnt ihr mir gerne natürlich noch mal schreiben. Ich gucke noch mal gerade, was ich hier noch habe. Achso, nee. Ja. Zur Autorin Vita könnte ich vielleicht noch ganz kurz was sagen. Ich habe da natürlich reingeschrieben, so, wer bin ich? Wie alt bin ich? Wo komme ich her? Ich habe jetzt aber nicht so eine Art Lebenslauf gemacht oder so. So von wegen, hier bin ich zur Schule gegangen und ich habe das Abitur gemacht und bla bla bla. Sondern ich habe einfach nur geschrieben, dann und dann habe ich angefangen mit dem Schreiben, das ist meine Leidenschaft, ich möchte das hauptberuflich machen. Und bin aber halt nebenher noch in einem Angestelltenverhältnis oder sowas. Auch das dient wieder dazu, den Verlag nicht nur über euch persönlich zu informieren, sondern halt auch eben zu zeigen, okay, der oder diejenige braucht vielleicht was länger zum Schreiben, weil er oder sie hat noch einen Nebenjob oder keine Ahnung. Also ist natürlich ein gravierender Unterschied, ob man jetzt mit Kind zu Hause ist oder ohne Kind zu Hause ist oder mit Kind einen Job hat oder nur einen Job hat oder keine Ahnung. Und dementsprechend kann dann eben einfach geplant werden. Das alles, was ihr da hinschickt, dient einfach nur dazu, euch den Verlag vorzustellen und natürlich auch euer Projekt. Ich persönlich bin gar kein Fan davon, Werbung für mich selber zu machen. Irgendwie mag ich das einfach nicht. Und es fällt mir sehr schwer, dann auch positive Seiten von mir rauszukehren und so ein bisschen halt in so eine Bewerbung reinzuschreiben oder so. Zögert da aber nicht. Ich habe zum Beispiel in meine Bewerbung geschrieben, dass ich in drei Monaten vier Bücher mit je über 400 Seiten geschrieben habe. Also 400 Taschenbuchseiten. Und ich zweifle nicht daran, dass das auf jeden Fall auch mitgewirkt hat. Also das ist einfach eine Nummer, mit der kann der Verlag halt rechnen. Ja, ich glaube, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich wüsste nicht, was noch fehlt. Falls euch noch Fragen kommen oder ihr irgendwie fandet, da fehlt was oder da stimmte was nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen einfach gemacht. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Liebe Marlene, ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Und ich drücke natürlich ganz fest die Daumen für dein Projekt, was du einreichen möchtest. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Instagram-Account vorbeischaut. Da heißt ja auch Lili-Literatur. Gibt es Infos zu mir und zu meinen Büchern. Demnächst kommt ja auch mal wieder was raus. Apropos, es gibt Neuigkeiten. Und zwar erscheint am 21.12.2021, also paar Tage vor Weihnachten, Göttliche Insignien als Taschenbuch. Das heißt, schreibt es auf einen Wunschzettel vielleicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Es wird eine Signieraktion geben. Das Ganze wird dann verknüpft sein mit meinem Shop, der noch nicht auf die Beine gestellt ist, aber das wird er bis dahin auf jeden Fall. Und dann wird es halt eine begrenzte Anzahl Exemplare signiert geben. Wann ihr euch dafür bewerben könnt, beziehungsweise wann ihr die vorbestellen könnt und sowas, darüber informiere ich euch auf jeden Fall noch, wenn es soweit ist. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Schreiben und noch einen schönen Tag.